Hallo, ich bin die Laura und bin freiwillige Helferin beim Krummelhof. Das Programm heißt Change Imt und ja, das macht sehr viel Spaß. Also hier gibt es Lamas, hier gibt es Hühner, Katzen, einfach alle Tiere. Also zu meinen Aufgaben gehören Stall ausmisten und die Kamele führen und halt den Tieren auch ein bisschen zu helfen. Okay Leute, jetzt geht's los auf Tour. Schauen wir uns an, was wir noch alles machen. Wir füttern gerade unsere Hühner und es sind noch andere Helfer da und jetzt tun wir den Stall ausmisten. Also wir machen gerade die Pferde, wir striggeln sie, wir waschen sie und die Nähe zu den Pferden ist eigentlich ganz gut. Wir sind hier beim Abschlussfest des Programms Change In. Die freiwillige Arbeit von Change In hat mir sehr gut gefällt und ich kann es nur jedem empfehlen.